Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Sandstrahlgeräte-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Die Arebos Sandstrahlkabine ist ein großartiges Gerät mit hoher Qualität und Langlebigkeit. Das Sichtfenster aus Acrylglas und die 12-Volt-Leuchtstofflampe ermöglichen eine perfekte Beobachtung Ihrer Arbeit. Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern können Sie problemlos große Teile reinigen. Die Sandstrahlkabine ist universell einsetzbar und eignet sich für kleine und mittelgroße Teile in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Industrie, KFZ, Reparatur, Restauration und Hobby. Das Set enthält eine Sandstrahlkabine, Latexhandschuhe, Sandbeförderungsadapter, 5 Ersatzfolien, 4 Keramikdüsen und eine Bedienungsanleitung. Der Luftanschluss beträgt ein Viertel IG und der Luftbedarf liegt bei 150 Litern pro Minute oder 5 CFM. Die Keramikdüsen haben Größen von 4 mm, 5 mm, 6 mm und 7 mm. Insgesamt ist die Arebos Sandstrahlkabine eine großartige Wahl für jeden, der auf der Suche nach einem leistungsstarken und langlebigen Sandstrahlgerät ist. Auf Nummer 4 Das MSW mobile Sandstrahlgerät hat sich als hervorragendes Werkzeug für meine Heimwerkerprojekte erwiesen. Mit einem 76 Liter Behälter ist kein ständiges Nachfüllen erforderlich, was Zeit und Energie spart. Die hohe Druckluftleistung von bis zu 9 Bars erlaubt eine schnelle und effektive Reinigung, Entrostung oder Entlackung von Oberflächen. Der 2,5 Meter lange Heavy Duty Schlauch ermöglicht ein komfortables Arbeiten in verschiedenen Positionen, während die einfache Handhabung eine hohe Mobilität gewährleistet. Das Gerät ist solide gebaut und das Design ermöglicht eine einfache Wartung. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Garagen oder im Freien. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem MSW mobile Sandstrahlgerät und würde es jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Sandstrahlgerät sucht. Für mehr Informationen Schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Die bereitgestellten Produktmerkmale für das mobile Sandstrahler Sandstrahlen 38 Liter mobiles Sandstrahlgerät Maske Pistole Faris sind unzureichend, um eine vollständige Bewertung abzugeben. Es werden keine Informationen über die Leistung, Qualität und Funktion des Produkts gegeben. Es fehlen wichtige Details, wie zum Beispiel Materialien, Funktionen, Zubehör und spezifische Anwendungen. Ohne diese Informationen ist es schwierig, eine Einschätzung darüber zu geben, ob das Produkt den Bedürfnissen und Erwartungen des Kunden entspricht. Potenzielle Käufer sollten sich umfassender über das Produkt informieren, um eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Es empfiehlt sich, weitere Informationen zu sammeln, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird. Bei Nummer 2 Die BGS Technic 8717 Druckluftsandstrahlkabine ist eine ideale Lösung zum Reinigen und Strahlen von Oberflächen mit trockenem Strahlgut wie Glasperlen oder Kunststoffgranulat. Der Strahlgutdichte Verschlussdeckel mit Sichtfenster, den fest montierten Schutzhandschuhen und dem Innenraumfilter verhindert das Austreten von Strahlgut und schützt so den Arbeitsplatz. Die Kabine ist für Bauteilgrößen bis zu 480 x 380 x 260 mm geeignet und spart Strahlmaterial sowie Arbeitsplatzverunreinigung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Strahlpistole, vier unterschiedliche Düsen sowie eine austauschbare Sichtfensterschutzfolie. Der beleuchtete Strahlraum, 230 Volt, erleichtert die Arbeit in schlecht beleuchteten Räumen. Insgesamt ist die BGS Technic 8717 eine gute Wahl für Heimwerker und Profis, die eine zuverlässige und effiziente Sandstrahlkabine suchen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Die BITUX Sandstrahlkabine 90 Liter Liter Sandstrahlen Industrie Tisch Sandstrahlgerät ist ein perfektes Werkzeug zum Reinigen, Entrosten, Entlacken und vieles mehr. Die kompakte Kabine ist mit einer Innenraumbeleuchtung ausgestattet und hat eine Größe von 590 x 485 x 490 mm. Das Innenmaß beträgt 580 x 480 x 350 mm, was ausreichend Platz für eine Vielzahl von Gegenständen bietet. Die Sandstrahlkabine wird mit einer Druckluftpistole und vier Düsen geliefert, um eine präzise und effiziente Reinigung zu ermöglichen. Beachten Sie jedoch, dass das Strahlgut nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Sandstrahlkabine ist einfach zu bedienen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, um Werkstücke zu säubern und zu restaurieren. Insgesamt ist die Bitux Sandstrahlkabine 90 Liter Liter Sandstrahlen Industrie Tisch Sandstrahlgerät eine großartige Investition für jeden, der regelmäßig Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten durchführt. Die Sandstrahlkabine 90 Literals Die Sandstrahlkabine 90 Liter Sandstrahl interpretiert, um Wachstücke zu säubern und Terrigenlauchten bis zum nächsten Jahrzehnte. Das ist der Fall, 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 das ist der Fall. Die Sandstrahlager- und Restaurations- und Restaurations- und Restaurations- und Restaurations- und象zieht, um eine Prädigung gut zu säubern und Restaurieren. Vielen Dank.